Ja, und das war der Startschuss und es würde natürlich bedeuten, um 51 zu ziehen zu laufen. Die ersten 200 Meter werden dann schon um 23 der Sekunden angegangen. Das war der Startschuss. 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 Der Startschuss war der Startschuss. Wenn euch die Arme stößt, wenn euch die Arme stößt, wenn euch die Arme stößt.